Hey Freunde, ich habe hier so einen richtig guten Barbershop entdeckt in Berlin-Kreuzberg. Schaut euch bitte an, wie der aussieht. Heftig. Wenn die so gut schneiden, wie sie hier aussehen, dann bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Wir gehen mal ganz kurz rein. Hallo. Hi. Boah, Bro, das sieht richtig gut aus, Mann. Wie geht's dir? Wie lange schneidest du hier eigentlich schon? Mensch, du hast ja echt drauf, ne? Bitte? Bitte? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden.